Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Trophäen-Guide zu The Mortuary Assistant. In diesem Video geht es um die Trophäe, siehe unten gehen. Dabei sollt ihr den Lagerraum im Keller betreten. Wie das ganze funktioniert, zeige ich euch hier. Ihr startet ganz normal eine Schicht. Beginnend wie immer in der Wohnung, schnappt euch den Schlüssel, fährt zur Arbeit. Betreten das Ganze und dann gehen wir jetzt erstmal hier zum Schreibtisch an der Rezeption, unterste Schublade, nehmen uns da eine Sicherung raus. Diese Sicherung setzen wir auch sofort ein. Ja, keine Ahnung, ich wollte hier noch kurz aufs Klo und Hände waschen. Dann setzen wir hier die Sicherung ein. Schauen wir mal, dass unten auch Licht ist. So, dann gehen wir hier in den Einbalsamierungsraum. Unterste Schublade, machen hier das Tuch zur Seite, schnappen uns den alten Schlüssel. Dann gehen wir hier zum Schrank. Dann hier nochmal den Zahlencode eingeben. Der ist 197044 und dann bekommt ihr auch hier den Schlüssel für die Falltür. Den braucht ihr natürlich auch. Dann verlassen wir das Ganze wieder durch die Leichenhalle. Da ist da hinten die Tür. Direkt nach rechts. Da sehen wir auch schon die Falltür. Diese öffnen wir mit dem kleinen Schlüssel, den wir uns gerade geschnappt haben. So, dann gehen wir hier in die Tür, gehen hier rein, warten hier kurz. Man muss das Ganze nur ganz kurz betreten. Und dann gibt es auch hier die Trophäe, siehe unten. Und damit war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo. Da würde ich mich sehr freuen und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und Servus. Bis dahin, macht's gut und Servus.